Hallo Leute, heute habe ich einen Raid auf Wurz für euch und nicht irgendeinen Raid, wahrscheinlich einen der besten Raids, die ich jemals auf der Map gemacht habe. Es ging zur Sache, ich habe einen Shooterborn in Heavenshot gemacht, ich habe Tarkov Shooter Part 8 erledigt, ich habe Sturman für eine Quest gekillt. Ansonsten war es auch ein Packen der Raid von vorne bis hinten mit auch lustigen Szenen, auch wenn am Ende nicht so viele Kills auf dem Board standen. Es ging zur Sache, so viel kann ich versprechen, ich will nicht zu viel vorher wegnehmen. Ich bin übrigens neizu täglich live auf Twitch, twitch.tv slash outsider, würde mich freuen, wenn ihr nochmal vorbeischaut, follow da lasst und außerdem hier auf YouTube natürlich ein Abo. Einen Kommentar, macht die Glocke an, was man halt hier so auf YouTube tut und jetzt viel Spaß mit dem Raid. K. verkauft, aber das ist schon ein bisschen her, zwei Wochen oder so in der Art. Dann einfach undercutten. Der Key with Tape wird ziemlich schnell, ziemlich günstig. K. verkauft, aber das ist schon ein bisschen her. Dann einfach untercutt. 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 Ey, ich hab so low FPS, Sturman ist da, 100 Pro. Ich fühl den Boss, ja. Ne, ich bin Fels, also ne, ne, da ist nix. Rudi, vielen Dank für die 400. Ich hoffe es hat keiner Kaffee verschüttet oder Bier oder was auch immer. Der Fels, ja. Fels is back. Sorry an alle, die sich erschreckt haben. Da oben könnte jetzt auch mal einer rumturnen, wäre nicht schlecht. Ne, wir bleiben bei Fels. Ich pushe den Sniper Rock. Ja, weiß nicht, war vielleicht zu entspannt, ne. Ja. Ja. Laufen da noch viele hoch. Ähm, viele habe ich bis jetzt keinen getroffen, glaube ich. Ja, und die Leute haben Angst vor der Pose hier oben, habe ich das Gefühl. Na, da oben ist einer. Hab ihn gesehen, hab ihn gesehen. Komm, sind es 100? So weit hinter wie möglich. Da ist er. Hab ihn gesehen. Das waren keine 100. Das waren keine 100. Nooo. Ach komm. Nooo. Ach komm. Nooo. Ey, das ist... Ich hole ein Maßband. Nikita. Ey. Ich hätte hier hochgehen müssen. Ah, ich hätte es besser wissen müssen. Scheiße. Naja. Ich hätte von hier aus wären es auf jeden Fall 100 gewesen. Direkt ein Ticket eröffnen, das bringt viel, glaube ich, ja. So, kannst du mal hier stürmern irgendwo rum? Da hockt er doch. So, wie weit ist es da runter? Ah. Skoop vergessen. Vielen Dank. So, jetzt geht's. Nein! 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 Du blödes Arschloch. Ey, kann nicht wahr sein. Bei den Stämmen? Oh, da ist er. Warte, warte. Ja, ich sehe ihn nicht. Wo ist er? Wo ist er? Ey, gibt's nicht. Ich sehe ihn nicht. Ich glaub, er ist schon tot, ja, weil ich mein Scope vergessen hab. Ey, ich nehm das Scope extra mit, ich seh ihn und hab das Scope unten im Rucksack. Ich krieg die fucking Krise. Kleinen Moment. Hab ein gutes Gefühl. Da, 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 da. Opa, la, der Ruhm. Da, da, da. Ah! Gott sei Dank. Gott sei Dank. Was eine Geburt, ey. So. Mal sehen, ob da jemand zum Looten hinläuft. So. Weg mit dir, du Schundding. Nie wieder will ich dich sehen. Kann ich ihn von hier aus sehen. Das ist ja ziemlich, ne? Nächster, vielen Dank für den, ähm, Tier 1 im dritten Monat. Danke für den Support und willkommen zurück in der Abo-Falle. Danke für den zweitwichtigsten und, ähm, danke für die netten Worte. Wie geht's? Okay, von hier aus kann ich ihn sehen. Parkour. So ein 100 Meter Shot und dann wäre das doch eine ziemlich gute Runde. Und wieso geht denn da keiner mal hier auf den Felsen hoch? Das sind nämlich 100 Meter. Hab ich schon einen Shot da gemacht. Mal sehen. Mal sehen. Ne, ich will mich hier nicht hinlegen. Scheiß Idee. Der Glücksfelsen. Junge. Ansonsten. Ab ihn. Ab ihn. Dann machen wir noch drei in einer Runde. Was ist da hinten los? Einen brauchen wir bloß noch. Einer noch. David, danke für den 13. Monat mit deinem Tier 1. Willkommen zurück in der Abo-Falle. Danke für den Support und für den 12 Wichtigsten. Schön, dass du immer hier bist. Und Servus. Kann ich slickern. Hat hier irgendjemanden gesucht? David, vielen Dank für den Support. Scheiße. Okay, wir begeben uns auf die Suche. Let's go. Ja, den dockte ich nämlich mit. Wenn ich sitze da noch ein Mail, dann gebe ich ihm No-Scope. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Will irgendwas laufen? Vielen Dank. Ein PMC brauche ich noch. Mit der Bolt Action. Komme, was wolle. Mein Tipp ist, es waren 95 Meter. Komme, was wolle. Komm schon, Leute. Irgendwo muss doch hier noch so ein kleiner PMC rumgochern, den ich jetzt killen kann. Okay. 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 Das ist noch nicht gelootet. Ist guter Loot im Ultramatical. Nice. Oder ist das? Oder ist das? Unlucky würde ich sagen, ne? No. No. Der war motiviert, ja. Da. Die Motivation liegt jetzt vielleicht etwas am Boden. Da hinten sind Shots. Strength Level 24, auf geht's. Okay. Was kann man hier weghauen? Ah. Weg, weg, weg. Scheiß drauf. Ah. Ah, da wurde nicht gespart, okay. Nee, ist nicht Thorax One-Shot, M993, hat aber 70 Penetration, ist die beste Penetration-Armo. Nice, Jotodaki wollte ich schon immer mal haben. Was sind da hinten für Shots? Geht das Timer auf die M700? Ja, will ich aber nicht. Das Timer geht auf meine Mutant. Hm. Ja. 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 Ich kann nur Thama spielen, ja, true. Dass der mich nicht vorher gesehen hat mit seinem Thermal da oben, ne? Das wundert mich. Da ist was. Ah, da rennt was. Da ist ein Scaf. Scheiße. Jawoll! Let's go, kommt her. Jetzt gibt's Thermal Action in die Fresse. Ah, das sind nochmal zwei. Ich kenn mich hier unten halt null aus, ne? Das war Tag auf Studer 8, let's go. Wo sind die hin? Drei Quests in einer Runde. Drei. 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 Keine Ahnung, ob ich den hab. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe halt nicht mal eine Ahnung, wo ich den ersten überhaupt erschossen habe. Ich habe halt nicht mal eine Ahnung. Okay, ich habe bloß Gevs erschossen hier. Okay. Okay. Ich glaube, die sind weg. Okay. 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 Die sind sicher, die sind sicher sicher, ähhh… Naja, wir gehen Richtung Outskirts. Ich habe ja keine Kohle. Ich gehe nicht zum Auto. Ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Das ist das nächste. Kommen wir irgendwo Minen? Ah, hier ist der Konvoi, ne? Habe ich echt noch da den Shot bekommen mit der M700? Wundervoll. Tag auf Shooter Part 8. Dann. Bäumchen. Typ mit Thermal Slick beim Tag auf Shooter Part 8 machen. Abgeknallt. Als letzten Shooterborn in Heavenkill. Unlucky. Und irgendeinen bei 99 Meter. Keine Ahnung. Wir müssen doch schauen, wie viele Meter das waren. Lassen wir jetzt da kommen. Captain Thermal? Wer ist Captain Thermal? Achso, ja. Er hat sich ein bisschen sicher gefühlt, ne? Und Sturmbarn haben wir auch gekillt. Mit dem mit dem Schundscope. Ey. Krasse Runde. Habe ich mir gechancen, Detox? Kommer man doch schnell i kiste, Lutten? Da kommen wir mal nocht i kiste. Nehme, hvad midten er. Das Problem ist, er hat noch zwei Guards, ne? Muss ich aufpassen. Sausbjerr. Kann nur Thermal spielen, sagt mein Chat. Ne, sagt Tux. 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 Okay. Tux. 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 Wann optimiere ich mal wieder was für die Öffentlichkeit? Nicht gut Wo ist der? Und was hat auf mich geschossen? Der ist tot Das ist die Leiche Ich glaube da hockt noch irgendwo eine Garte, ist das Problem Und was hat auf mich geschossen? Das ist ein Sniper-Skev Den können wir stehen lassen Das ist nicht so wichtig Red Rebel, come on Der PX hierher Hat sich gelohnt Wir gehen Oh Ruhig er sich Ähm Ja Also der Kopf bewegt sich halt zumindest, Matteo Deswegen macht man es Das ist ein Sniper-Skev Das ist ein Sniper-Skev Das ist ein Sniper-Skev Go, go Die Runde haben wir gut genutzt Ich bin mal gespannt, ob ich mit dem Thermal noch einen erwischt habe Und ich muss raus Ganz wichtig Wir müssen schauen, wie viel Meter der erste Schuss war Kommt mir so vor, als wäre das schon zwei Stunden her Das ist ein Sniper-Skev So Leute Dann alle mal im Chat Hallo YouTube Wenn ihr mit drauf wollt Alle mal Hallo YouTube Und jetzt schauen wir mal Ob das 99 sind Ich sag Ich sag 95 Meter waren es Nein 99,9 Auf gar keinen Fall 99,9 99,9 Auf keinen Fall Wow Wer hat euch keinen mehr erwischt hier 99,9 12.000 Viel gekillt hat Verdammt 99,9 Wow Wow Wasn't great Holy shit Holy shit Könnte sein Könnte sein, dass die Runde es auf YouTube schafft Ja Naja Die Quest ist fertig War eine richtig krasse Runde Holy moly Mit einer der besten Runden Die ich jemals auf Wutz gespielt habe Machen wir uns nichts vor Ich gebe noch die Quests ab Wow Aber ich hab's dann auch wissen wollen Ich bin da nicht raus Sturm an Looten und weg Speedy hat's gecallt 99,9 Ey Fuck To get away To see you again See you again